Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage in einem Chemiepark in Leverkusen haben die Retter kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Am Abend wurde ein zweites Todesopfer entdeckt. Nach fünf Vermissten wird noch immer gesucht. 31 Mitarbeiter der Firma Corenta sind verletzt worden. Fünf von ihnen liegen auf der Intensivstation. Die Ursache des Unglücks ist nach wie vor unklar. Stundenlang hatte die Feuerwehr gebraucht, um den Brand in drei riesigen Tanks unter Kontrolle zu bekommen. Bis zu 900.000 Liter Lösungsmittel gingen in Flammen auf. Die Anwohner können inzwischen ihre Wohnungen wieder verlassen. Fenster und Türen dürfen wieder geöffnet werden. Bislang wurden in der Luft keine erhöhten Schadstoffwerte festgestellt. Die Sonne waren in Flammen zu über bislang, um die Ausfl登ung zu machen. Die Ausflammen des Unglücks der Hauptschwerte festgestellt. Die Ausflammen des Unglücks der Hauptschwerte festgestellt. Die Ausflammen des Unglücks der Hauptschwerte festgestellt. Dichtbar ist nur, dass es einen hohen von Flammen ist. Die Ausflammen von der Luft ist eine ähnliche Rolle.